Hallo und herzlich willkommen zur Kuchos Outdoor Apotheke. Der Frauenmantel Der Frauenmantel wird zumeist bei Durchfall und Frauenleiden verwendet. Für die perfekte Teezubereitung benötigt man 5 bis 10 Gramm auf 3 bis 4 Tassen Wasser. Die Teezubereitung lässt man 5 bis 10 Minuten ziehen und dann abseien. Achtung, die Tageshöchstdosis sollte nicht überschritten werden. Vergesst das Liken, Kommentieren und Abonnieren nicht. Untertitelung des ZDF, 2020